Jo, hallo Leute, ich bin's wieder, Kezuna Ayhara, hier mit meinem Let's Play von Super Marissa World. Und ich bin so wat von Imba drauf, ey, das könnt ihr ja gar nicht glauben. Ich, heute ist nämlich der Hyperglitter Weißbrottag. Was das genau ist? Nun, das hab ich ganz neu eingeführt. Der Hyperglitter Weißbrottag findet immer dann statt, wenn ich super, super awesome gelaunt bin. Also so richtig Hyperglitter Weißbrot mäßig drauf. Und wenn ich mal ausnahmsweise jede, 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 jede Menge Zeit habe. Weil dann nehme ich gleich mehrere Let's Plays auf. Also nach Super Marissa World kommt also danach Tombi. Und vielleicht noch etwas anderes. Wer weiß, wie lustig ich gerade bin? Naja, jedenfalls zurück zum eigentlichen Punkt. Wir erinnern uns. Ähm, warum bin ich eigentlich hier? Hier muss das stattfinden, dat Kreisel. Jedenfalls, wir erinnern uns, World 3 is down. Und wir machen weiter mit Scarlet Devil Mansion. Wie man hier schon sehen kann, es gibt viel mehr Leveln hier. Genau gesagt, 8 Leveln. Und es gibt nicht mehr wie bei den letzten Leveln 2, sondern 4 Bosse. Naja, schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Die. Die mir gut schaut. Lieden. Voll Wester Musik, ey! Schon mit Points. Was ist das hier? Ey. Und überhaupt, das sieht schon, das sieht nicht wie Scarlet Devil Mansion aus, sondern ein bisschen wie Bowsers Festung. Und das sind, oh mein Gott, Copperfield. Copperfield Army, lasst mich in Ruhe. Sonst nenne ich euch ab sofort Crispy. Und was seid ihr? Schafe? Huh? Nee, das ist eine neue Fusselart. Die drehen sich sofort um, wenn ich sie angucke. Na, zu welcher Fusselart, zu welchem Enemy passt das denn am besten, hä? Dreh ich dich, die Buhus gibt's jetzt. Jetzt gibt's die Buhus. Und ich gebe ihm den passenden Namen Ghosty. Und du, Brutus, was machst du hier? Ich mag dich nicht. Lass mich in Ruhe. Und dich töte ich. Dich auch. Lass mich in Ruhe. Jawohl. Du bist tot, Russe. Und du, Brutus, verschwinde. Ich mag dich nicht. So. Hahaha. Ich kann sogar Ghosty killen. Auch wenn er sich sofort umdreht, wenn ich ihn angucke. Ha. Ich bin so gut, ey. Na, 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 na. Nicht so hastig, ey. Nicht so hastig, liebe Leutchen. Na, komm her. Komm her, Ghosty. Komm her. Putz, 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 putz. Na, okay. Du bist, äh, du bist kein Hühnchen, aber... Naja, wir wollen mal nicht so pingelig sein. Äh. Bill, verschwinde. Verschwinde, Bill. Verschwinde. Wow, 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 wow. doch nicht Oh mein Gott, da war Liquid. Oh, Gott sei Dank ist er weg. Und ich habe einen Broom. Das finden wir sehr geil. Oh mein Gott! Das ist ja voll fies! Das ist ja voll fies! Oh ne! What the fuck? Nur wenn es dann hier die Spikes sind, soll ich sterben? Haha! You don't get me, bitches! Ich bin ganz vorsichtig. Haha! You don't get me down! You don't get me down! Bitches! Bitches! Spikes! Bitches! Mann, ich lose ja alle meine Leben wegen dieser einen Stelle! Das gibt's doch nicht! Wow! Wow! Ja genau, das sind ja Schrauben. Ich kann sie ja runterschrauben. Hier wäre das nicht so angebracht. Hier auch nicht! Ja genau, ich hab's geschafft! Hahaha! Ich bin so awesome, Leute! Ich bin so awesome! Und schon wieder in Broom. Ich dachte, das wäre ein Ying Yang Ball. Aber da... Okay. Das ist ein Witz. Das ist jetzt ein Witz, ey. Warum bin ich wieder hier? What the fuck is wrong with you guys? Oh boy! Oh boy! Das wird lustig, ey! Das wird lustig! Das sag ich jetzt schon! Das wird lustig! Das wird ja so lustig! Ich seh's jetzt schon kaum! Ah! Wow! nom 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 oh mein Gott Charlie Army aber die ist jetzt tot! Die ist jetzt tot! Die ist jetzt tot! hahaha wie geil! ah das gibt's doch nicht! oh du Wichser! naja! stirb! 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 naaaah! willst du mal aufhören zu schießen? ich mag dich nicht! du sollst sterben! genauso wie deine Kumpanen! ihr sollen alle sterben! bla 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 Das Geheimnis an dieser Stelle ist Ja, alle diese Fusseln Tod machen Bevor man hier jetzt Diese Einen komischen Trick da Einsetzt Damit man hier überhaupt Durchkommt, sag ich mal so Bla 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 Warum sag ich die ganze Zeit Bla 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 Und warum suche ich die ganze Zeit jetzt dieses komische Lied? Vielleicht. Weil es geil klingt. Es klingt so westernmäßig. Und mich stört auch nicht dieser unheimliche rote Mond hier. Wirst du wohl fliegen, du Schlampe. Ich bin total gut drauf. Ich bin's immer noch, denn das hat keiner mitgekriegt. Na 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 okay jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen ein sehr hässliches wort wenn ich mal zu sagen doch aha kapppert ich dachte reichgete dich hätte ich hätte ich hätte dich du sh programa war vielleicht hier nachdecken und dich auch haha ich hab so immer drauf ich bin so immer drauf Ha, 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 ha. Oh Scheiße, ich habe überzogen, ich habe überzogen. Leute kurze Pause und dann geht´s weiter. See you guys.